Das sind viele E's hier, in dem die Entstehung der Elemente. Der Ivo aus der Schweiz fragt Folgendes. Das heißt, er stellt zunächst mal fest. Die Elemente sind nach seinem Verständnis durch kosmische Ereignisse entstanden. Sie sind zeitlich getrennt entstanden, zuerst die leichten, zuletzt die schweren. Dreimal haben die Elemente Zuwachs erhalten. Und dann schreibt er hier, was weiß man, wie eine Welt vierter Ordnung organisiert ist. Mein lieber Ivo, das ist so, so. Also das Verständnis ist grundsätzlich richtig. Die Elemente sind durch kosmische Ereignisse entstanden. Und auch erst die leichten und dann die schweren. Und sie haben auch Zuwachs erhalten, aber dreimal. Ich fange mal vorne an. Peter, es wird eine lange Sendung. Also ich habe jetzt 13,82 Milliarden Jahre zu erzählen. Wenn es stimmt, was wir... Also ich fange mal ganz vorne an. Angefangen hat das Universum ja ohne Elemente. Also das ist die Vorstellung. Die Vorstellung ist, das Universum hat unglaublich heiß, unglaublich dicht angefangen. Da gab es keine chemischen Elemente. Chemische Elemente sind ja die im Periodensystem. Also Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bohr. Und dann kommt Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor und so weiter. Die ganze Geschichte. Alles klar. Diese chemischen Elemente, die sind am Anfang nicht im Universum. Das Universum war so heiß, da gab es noch nicht mal die Kernbausteine, also die Bausteine der Atomkerne, Proton und Neutron. Es gab noch nicht mal die... Ich gehe mal zurück. Also die Quarks, aus denen diese Bausteine aufgebaut sind, sondern man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das gab es alles nicht. Es musste also erst mal, mussten die Bausteine entstehen und dann... Ja, dann war das Universum ein Kernreaktor. Am Anfang war ein Kernreaktor. So könnten wir vielleicht anfangen, tatsächlich. In den ersten drei Minuten des Universums, also sagen wir mal so ganz grob 100 Sekunden, ganz grob ein paar hundert Sekunden, entstanden, schlagartig, aber sowas von wumm, die ersten leichten Elemente. Das machte Patsch und das war's. Also die ersten zwei, Wasserstoff und Helium, dann war eigentlich alles schon erledigt. Das war wie so ein Peitschenschlag. So, Patsch und alles war Wasserstoff. Am Anfang war der Wasserstoff. Ist ja klar, Element Nummer eins im Periodensystem der Elemente hat ein Proton, ein positiv geladenes Teilchen und sonst nichts. Es gibt noch eine andere Sorte von diesem Wasserstoff, da ist dann noch ein Neutron im Atomkern drin, der ist aber elektrisch neutral, der ist dann einfach nur schwerer. Und im Anfang war es also so, dass das gesamte Universum so dicht und so heiß war wie ein Kernreaktor. Ein paar Milliarden Grad diese Atomkerne, also Protonen und Neutronen, wenn sie überhaupt noch da waren, die Dinger sind ja instabilen Neutronen, die zerfallen nach einer knappen Viertelstunde wieder. Also in dieser Zeit gab es also Protonen und Neutronen, die sich zu Atomkernen versammelt haben, aber eben nur bis zum Helium im Prinzip. Helium, zwei Protonen, also Element Nummer zwei, und zwei Neutronen. Dann wurden noch so ein paar andere Kerne erbrütet im Universum, wirklich das gesamte Universum. Das sah nicht so aus wie heute, große Leerräume, Galaxien und so weiter, hier und da mal eine Galaxie, sondern damals war das Universum total heiß und dicht und es war so heiß und dicht wie in einem Kernreaktor. Und so entstanden Wasserstoff und Helium und dann noch ein bisschen Lithium und ein ganz bisschen Beryllium und Bohr und das war's. Denn während das alles stattfand, hat sich das Universum ja weiter ausgebreitet. Das ist ja der Punkt. Das Universum breitet sich aus. Die Raumzeit breitet sich aus. Und dabei wird das Universum immer dünner, also die Dichte wird immer geringer und die Temperatur auch. Das Universum breitet sich aus und das Universum wird immer kühler und kühler. So kann man praktisch sagen, dass gut eine Viertelstunde, nachdem dieser Tanztag gefeiert worden ist, war das Universum am Ende mit seiner Elementproduktion. Feierabend. Wenn damals Schluss gewesen wäre, wäre Schluss gewesen. Also dann hätte es überhaupt keine schweren Elemente gegeben, so was wie Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Flur. Alles, was schwerer ist als Helium, ganz grob gesprochen, wurde gar nicht erzeugt am Anfang. Das Universum war nur in der Lage, die leichten Elemente zu erzeugen. Da hat der Ivo völlig recht. Das heißt, die schweren Elemente, die sind erst später gekommen. Lange Zeit später, also viele Millionen Jahre nach dem Anfang, so sagen wir mal so ganz grob, 500 Millionen Jahre, da gab es den ersten Brutofen, in dem dann Wasserstoff zunächst zu Helium verschmolz und dann aber Helium zu Kohlenstoff, Sauerstoff, Neon, Silizium bis hin zum Eisen. Da waren sie. Und diese Brutöfen nennt man Sterne. Ja, also der erste Gang war die Erzeugung der leichten Elemente beim Urknall. Der zweite Gang war die Entstehung schwerer Elemente in den Sternen. Jetzt muss man also sehen, so ein Stern ist ja eine Maschine, die im Prinzip darin besteht, dass zwei Kräfte in Balance sind. Auf der einen Seite die Schwerkraft, die diesen Stern zusammenhält. Seine eigene Schwerkraft hält diesen Stern zusammen. Auf der anderen Seite gibt es eine Freisetzungsmaschinerie im Innern, eine Energiefreisetzungsmaschinerie. Und diese Energie drückt nach außen. Also auf der einen Seite Schwerkraftdruck auf sich selbst und auf der anderen Seite der Druck der freigesetzten Energie nach außen. Und solange die in der Balance sind, ist alles gut. Wasserstoff verbrennt im Innern eines Sterns zu Helium. Wenn dann aller Wasserstoff im Innern verbrannt ist, dann kommt es in diesem innersten Kern zum Kollaps, weil ja die Energiefreisetzungsmaschinerie zusammengebrochen ist. Währenddessen stürzen die Hüllen nach, es wird dichter im Innern und auf einmal können die Heliumkerne miteinander verschmelzen. Und so erzeugen also die Sterne, wenn sie vor allen Dingen schwer genug sind, und zwar richtig schwer, also nicht so wie unsere Sonne, die hat ja nur 333.000 Erdmassen. Ja, das ist ja... Gut, die Sonne ist ein sogenannter Gehzwerg. Also ein guter Stern für Geh, also ein Zwerg, ein relativ mickriges Ding. Aber schön. Sie verbrennt zurzeit Wasserstoff zu Helium. Und wenn das mal vorbei ist, dann wird sie sich, also im Innern wird sie zusammenschrumpfen, dann wird sie anfangen, diese Hüllen werden auf den Kern drauf fallen, werden sich dabei erhitzen, dann gibt es so eine Schale, in dieser Schale wird dann auch Wasserstoff zu Helium verschmolzen, aber im Innern der Sonne, im innersten Innern, da wird Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff verschmelzen. Und währenddessen wird sich die Sonne zu einem roten Riesen entwickeln, um dann eines Tages wieder zusammenzufallen. Wurscht. Aber ich komme zurück zu dieser Frage der ganz frühen Elemententstehung in den Sternen. Die allerersten Sterne, die waren viel schwerer als die Sonne. Ja, viel schwerer. 100 Sonnenmassen, gewaltige Apparate und deswegen vollzogen sich in ihrem Innern die Kernfusionsprozesse auch so unglaublich schnell, weil nämlich der Druck, dieser Schwerkraftdruck, die Atomkerne im Innern so zusammenpresste, dass eben diese Verschmelzung von leichten Kernen zu schweren Kernen sich immer schneller und schneller und schneller vollzogen. Wumm. Am Ende explodiert ein solcher Stern in einer Supernova-Explosion. Und das, mein lieber Ivo, das wird noch eine Rolle spielen. Ja, ja. Denn wir alle, wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub. Wir bestehen zu 92% aus Elementen, die in Sternen erbrütet worden sind. Nur 8% von uns, das ist nämlich der Wasserstoff im Wasser, nur 8% von uns kommen aus dem Urknall. Der Rest kommt aus den Sternen. Also diese ersten Sterne haben dazu geführt, dass alle Elemente, die wir vom Periodensystem der Elemente kennen, entstanden sind. Allerdings, kleine Randbemerkung nur an der Stelle, ein Stern kann überhaupt nur Energie freisetzen bei der Verschmelzung von Atomkernen, wenn er bis zum Element Eisen gekommen ist. 26. 26 Protonen. Alle Elemente oben drüber, dazu muss man Energie zuführen, damit die Atomkerne miteinander verschmelzen. Und genau das passiert in den späteren Stadien, wenn diese Sterne sich aufblähen, beziehungsweise explodieren. Dann wird also Energie zu dieser zentralen Maschine zugeführt und dann werden alle die Elemente erzeugt, die es im Universum gibt, die schwerer sind als Eisen. Also zum Beispiel Gold oder Uran oder Platin und so weiter. Das heißt, wir haben Sterne, die erzeugen die schweren Elemente aus den leichten Elementen, die im Urknall, also in den ersten drei Minuten erzeugt worden sind. So weit, so gut. Aber was kann er jetzt damit gemeint haben, der IWO, dass also da jetzt eine dritte Ordnung es gegeben hat, also einen dritten Schub, dreimal erneuert worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass damit Folgendes gemeint sein kann, nämlich der große Materiekreislauf innerhalb einer Milchstraße. Also wir haben Sterne, die entstehen und wir haben Sterne, die vergehen. Das sind also diejenigen, die dann explodieren. Ja, was passiert denn mit dem Material, was da von so einer Explosion übrig bleibt? Ja, das ist ja eine sehr heiße Geschichte, so eine Explosion. Geschwindigkeiten, muss man sich mal überlegen, von bis zu 20.000 Kilometer pro Sekunde. Das Gas wird 70, 80 Millionen Grad heiß, aber irgendwann expandiert es in den interstellaren Raum, also in den Raum zwischen den Sternen, presst sich dort ins interstellare Gas, also das Gas zwischen den Sternen, und kühlt ab. Und vermischt sich mit dem Wasserstoff und dem Helium, das dort ist. Und dann bildet sich eine neue Wolke. Aber in dieser neuen Wolke sind ja dann zum ersten Mal schwere Elemente drin. Hey, wir haben also so etwas wie einen großen Materiekreislauf ausgelöst durch die Explosionen von Sternen in das interstellare Gas, sodass sich die Menge an schweren Elementen im interstellaren Gas systematisch erhöht. Jetzt kommt's. Wir wissen heute, dass es Planeten um andere Sterne, überhaupt Planeten um Sterne, offenbar überhaupt erst gibt, seit grob, naja, so 4,5, 4,6 Milliarden Jahren. Wie machen wir das? Wir messen in den Spektren von Sternen, im Licht der Sterne, messen wir die Menge an schweren Elementen. Und hier in der galaktischen Scheibe ist es so, dass diese Menge an schweren Elementen ein Maß für das Alter ist. Wenn viele schwere Elemente drin sind im Stern, dann ist das ein Stern, der jünger ist. Ist wenig drin, dann ist es einer, der älter ist. Okay. Jetzt stellt man also fest, es gibt Planeten um Sterne erst aus der Ära, aus der ungefähr die Sonne kommt. Es könnte also sein, dass unsere Sonne, also unser Sonnensystem, zu den allerersten Planetensystemen in der ganzen Milchstraße gehört. Wir messen überall Planetensysteme inzwischen. Viele, über 1000 haben wir schon gemessen, um andere Sterne herum. Aber alle diese Sterne sind jünger oder höchstens genauso alt wie die Sonne. Holy moly. Die Frage also nach der vierten Ordnung, nach dem nächsten Schritt, könnte sein, dass diese Welt, dass die Milchstraße, in Zukunft viel mehr Planeten besitzt als heute. Und in dem Zusammenhang kann ich es mir nicht nehmen lassen, diese Geschichte zu erzählen, was wir heutzutage aus den Meteoriten, die ja als Urbausteine des Sonnensystems gelten, also das Material, aus dem die Planeten geformt worden sind, was sich aus diesen Meteoriten ablesen lässt. Gerade im Hinblick auf die Frage des Materie-Kreislaufs innerhalb der Milchstraße. Peter, da muss ich mal hier ans Fenster gehen. Eigentlich müsste ich jetzt hier so etwas haben wie, ja, ich weiß gar nicht, also so ein Redekatheter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Sonnensystem ist entstanden, weil ein 25-Sonnen-Massen-Stern explodiert ist. Woher wissen wir das? Aus den Meteoriten, aus der Elementzusammensetzung der Meteoriten, wissen wir, dass es ein Stern gewesen sein muss, der 25 Mal so schwer war wie die Sonne und der in einem Abstand von nur ganz wenigen Lichtmonaten von der Stelle explodiert sein muss, an der später das Sonnensystem entstanden ist. Boah, ein 25-Sonnen-Massen-Stern. Das ist so selten, dass man sich fragen kann, wo kann der überhaupt herkommen? Ja, der gibt es nicht einzeln in der Milchstraße. So etwas gibt es nur in Sternhaufen. Unsere Sonne ist in Sternhaufen entstanden. Aber im Sternhaufen sind die Sterne ja haufenweise. Also, da ist die Sterndichte hoch. Ja, da hätte ja alles schief gehen können. Unser Sonnensystem ist aber sehr stabil. Die Planeten drehen sich seit 4,567 Milliarden Jahren um die Sonne herum. Da ist viel Glück dabei gewesen bei diesem Sonnensystem. Die Frage nach dem Ursprung der Elemente führt also direkt bei uns zu Hause zur Frage des Ursprungs des Sonnensystems. Unsere Sonne ist eine Stern der dritten Generation. Die vierte Generation wird noch mehr Planeten haben und damit noch mehr Möglichkeiten, Materie ganz anders zu strukturieren, als wir das sonst im Universum sehen. Vielleicht ist der Zustand der Welt in der vierten Form einer, wo es viel mehr Leben im Universum gibt. Und wir gehören dann zu denjenigen, die sagen können, wir sind damals dabei gewesen, als das alles angefangen hat. Noch sind die Außerirdischen nicht hier, vielleicht kommen sie aber. Tja, Wahnsinn. Tja, Wahnsinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017